Es gibt viele Dinge, die uns in Verlegenheit bringen können. Diese drei Sätze sollten nicht dazugehören. 1. Ich kann nicht mehr. Schwäche löst oft Scham aus. Aber zuzugeben, dass alles zu viel wird, ist das genaue Gegenteil. Es ist stark, weil so viele damit Probleme haben, dies offen zu legen. Der Gesundheit wegen solltest du auf jeden Fall die Bremse ziehen, wenn dir alles über den Kopf wächst. 2. Mir geht es nicht gut. Meist wird auf Wie geht's mit Gut geantwortet. Dabei sieht die Wahrheit oft anders aus. Trau dich ehrlich zu antworten, gerade bei Freunden oder der Familie. Nur so kann es besser werden. 3. Ich liebe dich. Gefühle einzugestehen, fällt vielen schwer. Die Angst, nicht zurückgeliebt zu werden, ist groß. Offenbare deine Gefühle trotzdem. Bedenke, Ungewissheit ist schlimmer.